Bei CSS3 gibt es auch neue funktionelle Notationen, vielleicht wisst ihr gar nicht, was das ist, aber wenn ihr irgendwann mal ein Hintergrundbild verwendet habt, dann habt ihr zum Beispiel die Funktion URL verwendet, um dieses Hintergrundbild zu verlinken und da gibt es halt weitere Attribute, Counter und Calc. Attribute ist, dass man auf den Wert innerhalb eines Attributs zurückgreift. Hier zum Beispiel sind die Attribute length gegeben, die man von CSS aus für die Breite verwendet und aufgreift mit der Attribute-Funktion und in der Einheit em. Counter ist auch sehr toll, man definiert sich eine Variable und kann die nennen, wie man will, hier zum Beispiel ParNum und kann die mit CounterIncrement erhöhen und mit CounterReset wieder resetten, also wieder auf Ursprung bringen und damit kann man zum Beispiel hier, wie hier jetzt gezeigt, die Kapitel durchnummerieren oder was auch immer. Also das ist sehr spannend. Dieses Bild kommt übrigens von Maleos.de, Maleos Tutorials CSS3 Selektoren. Das ist auch eine sehr informative Seite, wenn man sich dafür interessiert. Und schließlich gibt es die Calc-Funktion, die auch sehr toll ist. Hier zum Beispiel sollen drei Spalten über die ganze Seite gehen, also über 100% der Breite. Aber zwischen den Spalten soll ein Abstand von einem EM sein. Und das hinzukriegen mit CSS war vorher entweder ganz schwierig und vielleicht musste man, damit sich das dann wieder neu anpasst, irgendwelche Javascripte zu Hilfe nehmen oder was auch immer. Ich weiß nicht. Und das ist alles jetzt vereinfacht mit dieser Calc-Funktion, indem man einfach sagt, 100%, also die volle Breite, durch drei Teilen für die einzelnen Spalten. Und weil dazwischen ja ein Abstand, also man hat ja dann zwischen den Spalten zweimal einen Abstand. Und weil der ein EM groß sein soll, nimmt man halt zweimal ein EM davon weg und hat dann die Breite. Das heißt, diese ganze Rechnerei übernimmt dann der Browser und ja, alles ist toll. Das sind die funktionellen Notationen in CSS3.